Gut, dann kommen wir zu Thomas Hitzesberger, der hat letzte Woche ein Interview gegeben der Stuttgarter Nachrichten und Sebastian, wir machen es so wie zuletzt beim Missenthalter Interview, du hast die Ehre, Thomas Hitzesberger zu zitieren, denn er hat sich unter anderem zur aktuellen Spielweise des VfB wie folgt geäußert. Es ist einfach eine schöne Situation, wenn du zu einem Spiel fährst und dich schon vorab freuen kannst, weil du weißt, dass die Mannschaft guten Fußball spielt, die Leute schauen dem VfB wieder gerne zu, auch wenn man ein Spiel verloren geht, das hat mir den Job wiederum etwas leichter gemacht und eine Lockerheit zurückgebracht, die schon lange nicht mehr vorhanden war. Ja, das wollte ich erstmal vorweg schicken als Statement, weil das ist wirklich auffällig, also du weißt halt, wenn der VfB spielt, es wird nicht langweilig, du bekommst Leidenschaft, du hast Tempo, Dynamik und du siehst einfach guten Fußball und es macht einfach wieder Spaß, dem VfB beim Kicken zuzugucken. Und wir kennen ja alle noch die Zeit, da war das Spiel auf dem Platz grauenhaft, die Vereinspolitik war grauenhaft und das Einzige, was uns überhaupt noch Spaß gemacht hat, war das Drumherum, also sprich das Treffen mit anderen Fans. Und jetzt hast du wirklich so eine Art Wohlfühloase aktuell, also du hast das Gefühl, die richtigen Leute haben die richtigen Positionen, die Mannschaft spielt tollen Fußball und dazu hast du noch geile Fans. Also ich finde es wichtig, dass Thomas Hitzisberger sowas anspricht und es auch als Privileg, glaube ich, versteht, dass er Teil einer solchen Phase sein kann, weil in den letzten Jahren gab es sowas halt einfach nicht. Genau, es fühlt sich jetzt aktuell an, wie unter Alexander Zorniger, nur mit Punkten halt, also genau. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an Frankfurt, als es unter Kovac so losging, also als die auf einmal sexy wurden. Also A, durch die Spielweise, B, durch coole Typen auf dem Platz, auf der Trainerbank, auch ja, durch eine klare Philosophie des Sportvorstands Bobic. Also man kann ja zu dem stehen, wie man möchte, aber man hat halt einfach erkannt, was er vorhat und das zahlt sich oft aus, wenn du nicht so einen Zickzack-Kurs fährst und bei Missetat müssen wir gar nicht drüber sprechen. Da erkennt man ganz gut, welche Ideen er verfolgt. Thomas Sitzesberger hat sich auch über die Saisonziele des VfB ausgelassen, Sebastian, was sagt er da? Genau, da sagt er, wichtiger ist, dass wir nach Platz 9 nicht gleich davon reden, dass es nur noch weiter nach oben gehen muss. Wir wollen die Art und Weise der vergangenen Saison bestätigen und denken zuallererst an den Klassenverbleib, wollen wieder in der Liga bleiben. Dass das schwer genug ist, hat uns die Vergangenheit gelehrt. Ich rufe keine verrückten Ziele aus und wir verlieren nicht die Botenhaftung. Ja, auch da wieder typischer Hitzesberger, muss man sagen. Er deutet nicht mal an, größere mittelfristige Ziele zu haben. Das ist wirklich extrem klug, weil selbst zurückhaltendere Vorgänger sprachen dann oft davon, dass der VfB aufgrund seines Standorts und den Fans und so eigentlich in die oberen Tabellenregionen gehört. Aber das macht Hitzesberger nicht, sondern er macht eigentlich wirklich, er hat auf jeden Fall schon mal daraus gelernt, was seine Vorgänger falsch gemacht haben. Ja, also viel zu weit in die Zukunft gedacht, sondern er bleibt sozusagen bei seinem Weg, den er eingeschlagen hat, zusammen mit Miss Hintat und Matarazzo. Denkt wirklich dann von Spielzeit zu Spielzeit. Das ist, finde ich, schon mittelfristig genug für den VfB, dass du einfach versuchst, nur ein Jahr mal über die Runden zu bringen. Und natürlich wird er Pläne haben mit dem VfB in drei, vier, fünf Jahren. Aber die muss er jetzt auch noch nicht äußern, finde ich. Also da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, Sebastian. Ja, genau. Das hat die Vergangenheit gelehrt. Also irgendwelche langfristigen Pläne funktionieren im Fußball ganz, ganz selten. Und ja, deswegen ist man halt total gut bedient, damit zu sagen, wir wollen den Erfolg der vergangenen Saison wiederholen. Aber alles andere als der Nicht-Abstieg ist halt wirklich ein Erfolg. Und ja, das finde ich gut, dass er das so auch adressiert. Und man merkt ja auch, dass sagt er, dass ein Misshintat, das sagen die Spieler und das sagen auch die meisten Fans. Und ich finde, das ist halt ganz wichtig, dass man auch als VfB-Familie die gleichen Ziele einfach hat und nicht jeder irgendwie was anderes da ausruft. Also wir hatten ja auch schon Präsidenten, die dann gleich irgendwie die Top 5 irgendwie anvisiert haben. Das stimmt. Und jetzt wird es vielleicht dann irgendwann so sein und sie haben gar nichts mehr davon. Gut, aber natürlich die Presse, die Presse will natürlich was anderes hören. Und deswegen fragen sie immer wieder nach, Mensch, reicht das, wenn man die ganze Zeit vom Klassenverbleib spricht? Braucht es auf Dauer nicht höhere Ziele als nur den Klassenerhalt? Und Thomas Hitzisberger hat sich dazu auch ins Benehmen gesetzt. Sebastian, was sagt er dazu? Er sagt, darüber können wir in einem Jahr nachdenken, wenn wir den Klassenverbleib hoffentlich wieder geschafft haben. Für den Moment haben wir das erreicht, was wir uns einst vorgenommen haben. Der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben, das Durchschnittsalter zu senken und Werte zu schaffen. Und auch da muss man sagen, stimmt absolut. Das waren immer wieder Dinge, die er zu Amtsantritt gesagt hat, dass ihm das wichtig wäre. Nach dem Abstieg hat er auch gesagt, die Mannschaft muss jünger werden, der Etat muss nach unten gehen. Also es muss weniger Geld für Spieler ausgegeben werden und festfällig natürlich auch weniger Gehälter bezahlt werden. Also all das schafft er. Und die Mannschaft steht wieder für eine klare Linie und für attraktiven Fußball. Nichtsdestotrotz können wir jetzt hier mal philosophieren, Sebastian, wo der VfB vielleicht in fünf Jahren steht, aus unserer Sicht. Und damit meinen wir jetzt nicht, was wir erwarten oder so, sondern was ist so eine Prognose? Also was denkst du, wohin kann sich der VfB entwickeln, Stand heute? Na, ich würde sagen, im Idealfall entwickelt sich der VfB in den nächsten fünf Jahren in Richtung Mönchengladbach oder Frankfurt. Also wenn es richtig, richtig gut läuft. Das ist, glaube ich, so das maximale Ziel, dass man in fünf Jahren da ist, wo Gladbach und Frankfurt in den letzten Jahren waren. Das wird eintreten, wenn halt die ganzen Wetten, die halt Missinterd, Materazzo und Hitzelsberger eingehen, wenn die aufgehen. Und aktuell haben sie ja wirklich eine überragende Quote und wenn die auch nur annähernd so bleibt, dann könnte das vielleicht funktionieren. Was ich mir noch überlegt habe, mein Gedanke war auch so ein bisschen, so wie sich der VfB jetzt entwickelt, mit vielen jungen Talenten, die man holt, die dann schnell besser werden und dann wieder woanders hingehen, ist vermutlich aber auch die Zeit der VfB-Legenden vorbei. Also Stichwort Gregor Kobel, der hätte ja vermutlich eine VfB-Legende werden können. Aber die Leute kommen und werden bei uns jetzt aktuell so schnell so viel besser, dass sie natürlich zwangsläufig woanders hin wechseln. Und ich glaube, das steht uns in den nächsten fünf Jahren auch bevor, dass wir dann in fünf Jahren dann vielleicht sagen, der Bejas, ach komm, der hat ja beim VfB ja mal gespielt. Oder ein Kalajic, ach, das war doch der damals. Also ich denke, daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass dann dieser Durchsatz von Spielern, die kommen und gehen, deutlich schneller wird. Ich überlege gerade, der Ante Rehwitsch bei Eintracht Frankfurt, wie lange war der denn eigentlich bei Frankfurt? Weil das ist ja definitiv jetzt eine Eintracht-Legende. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es heute schneller geht. Guck mal, Endo zum Beispiel, gefühlt ist das jetzt schon eine Legende beim VfB, obwohl er erst zweieinhalb Jahre für den VfB spielt. Ja, aber wenn er jetzt wechseln würde, jetzt überraschend zum 31. Achten wechselt er noch zu Florenz, ist er dann in vier Jahren noch eine Legende? Weiß ich nicht, also muss man... Ich glaube, ganz viel hängt davon ab, wie lange macht Mislintal das hier noch beim VfB und Matarazzo. Also ich glaube, diese Kombi ist entscheidend für den Erfolg des VfB. Und es steht zu befürchten, dass wenn der VfB jetzt weiterhin sich positiv entwickeln würde, dass zumindest einer davon das Interesse anderer Vereine weckt. Also diese Prognose, dass Matarazzo mal einen Champions-Leagisten trainieren wird, die würde ich auch halten. Also du merkst halt einfach, dass er so viel in der Mannschaft gibt, allein wie er die Spieler besser macht, ist herausragend. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keinen Verein gibt, dem das auffällt. Und es gibt genügend Kandidaten, die relativ unruhig sind, was die Trainerposition angeht. Und dann gerne auch mal wechseln, wenn es nach vier, fünf Spieltagen nicht so aussieht wie eigentlich geplant oder so. Also müssen wir jetzt gar nicht alles aufzählen. Also da gibt es einfach Optionen. Dazu kommt, dass Matarazzo nicht nur für den deutschen Markt interessant ist, sondern aufgrund seiner amerikanischen Herkunft natürlich dann auch vielleicht für den englischen Markt oder vielleicht dann auch noch andere Länder in Frage kämen. Aber das ist schon ein Kandidat, der das Interesse von diversen Vereinen auf sich ziehen wird. Ein bisschen Zeit braucht man auch nicht drüber sprechen. Die Bayern haben immer mal wieder angedeutet, dass es eigentlich ein Kandidat ist, den sie gerne verpflichten würden. Dortmund sowieso. Und da hängt auch sein Herz dran. Das wissen wir auch. Es gibt vielleicht auch mal andere Projekte, die ein bisschen mehr Geld haben als der VfB Stuttgart, die auch interessant sein könnten für Sven Missentat. Also für mich ist es ganz schwer zu sagen, wo der VfB in fünf Jahren steht, weil dazu müsste ich wissen, wo Matarazzo und Missentat in fünf Jahren stehen. Weil ich befürchte, dass du diese Abgänge, also von diesen beiden Personen, nicht einfach so kompensieren kannst. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Nee, vermutlich nicht, aber ich glaube auch, dass die beiden auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, also die beiden wissen auch genau, was sie in Stuttgart haben. Dass sie halt sehr, sehr autark arbeiten können, dass sie ein starkes Team haben, dass die zwei schalten und walten können eigentlich, wie sie wollen. Dass ihn da niemand großartig reinredet. Und ich glaube, das wissen die beiden schon sehr zu schätzen. Und ich glaube nicht, dass wenn jetzt ein anderer Club kommt, der irgendwie ein bisschen mehr Kohle hat, dass die zwei dann sofort sagen, ah komm, dann gehen wir da hin. Sondern da müssen auch wirklich die, ja, das Setting insgesamt stimmen. Und die zwei wissen, hier in Stuttgart stimmt es. Aber klar ist auch, wenn es für den VfB weiter so läuft, wie jetzt in den letzten 18 Monaten, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass in fünf Jahren Hitzelsberger, Matarazzo und Missentat alle noch da sind. Das muss man klar so festhalten. Und für den Spielern sprechen wir jetzt noch gar nicht. Genau. Das ist das Nächste. Also wenn du jetzt nochmal so ein Jahr hinlegst, dann kannst du damit rechnen, dass ein Sosa, ein Kalajic, das werden die Nächsten sein, die dann gehen. Ein Kampf, haben wir ja sowieso schon drüber gesprochen, ist ein Kandidat. Für Erste hast du ja auch schon quasi abgeschrieben. Der wird vielleicht dann Messi beim FC Barcelona beerben, klar. Nee, also das ist halt das Problem. Du müsstest dann jetzt schon wieder die Jungen, die du jetzt verpflichtet hast, auf so ein Niveau bringen, dass sie dann direkt die Abgänge kompensieren können. Und das ist halt das Extremschwere. Also ich glaube auch, dass es dieses Jahr nochmal schwer wird für den VfB, auch im kommenden Jahr nochmal schwer werden könnte. Und wenn man es schaffen würde, jetzt dieses und nächstes Jahr irgendwo im Bereich 8 bis 12, 13 abzuschließen, dann glaube ich, dass du dann wirklich in diese nächste Kategorie vorstößt, von der Missentat ja auch gesprochen hast. Genau. Dieses Mittelfeld sozusagen der Bundesliga. Und da ist dann auf einmal auch Europa League möglich mit einem guten Jahr. Also wenn du dann praktisch, wir haben jetzt ein gutes Jahr gespielt und schaffen halt Platz 9. Wenn dir das dann in der mittleren Tabellenhälfte gelingt, schaffst du halt Platz 5. Und da sehe ich den VfB dann vielleicht bei gleichbleibender Entwicklung, muss man mal sagen, in 5 Jahren. Dass der VfB eine Mannschaft ist, die, du hast es schon genannt, vielleicht dann mit Frankfurt, mit Gladbach eben um Euroleague-Plätze konkurriert. Also nochmal, das ist nicht anspruchsvolles Publikum oder so, sondern das ist eine ganz normale Entwicklung, die man jetzt sieht. Und ich kann natürlich euch nicht sagen, wer in 5 Jahren Trainer ist oder Sportdirektor. Deswegen muss ich von dem ausgehen, was ich jetzt aktuell sehe. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, hat der VfB definitiv die Möglichkeit, aufzuschließen zu Mannschaften wie Eintracht Frankfurt. Und mit ein bisschen Glück vielleicht auch mal in die Euroleague zu kommen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn der VfB in 5 Jahren immer noch auf Platz 10, 11 oder 12 steht und nicht abgestiegen ist. Dann bin ich auch schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich wollte nur sagen, wenn der VfB in 5 Jahren noch in der Bundesliga spielt und zwischendurch nicht ab und wieder aufgestiegen ist, wäre das schon ein großer Erfolg. Ich bin da demütig geworden, wirklich. Also ich freue mich einfach über Bundesliga und ich freue mich über eine verhältnismäßig ruhige Saison. Das ist mir mehr wert als der Stress dann um Platz 5 oder 6 oder so. Also dann lieber einfach Bundesliga spielen und dann bin ich schon zufrieden. Und volle Stadien, das wäre auch schön. Gut, Kohle ist auch wichtig, deswegen natürlich Thema zweiter Investor. Wir haben ja von Sky letztens im Frühjahr gehört, Mensch, wir haben hier einen riesen Scoop gelandet. Es gibt mehr oder weniger schon den zweiten Investor. Da muss man jetzt nur noch kurz hier unterschreiben und dann geht es schon los. Da waren wir uns nicht ganz sicher, ob das nur heiße Luft ist oder ob da wirklich was dran war. Thomas Hitzesberger hat sich jetzt auch dazu geäußert, Sebastian. Genau, und er sagt, wir haben in den letzten Monaten viele Gespräche geführt. Es gab und gibt mehrere Interessenten, die das gerne mit uns machen würden. Jeder mit eigenen Vorstellungen. Mit einem potenziellen Investor waren wir schon sehr weit. Zum Abschluss ist es aber nicht gekommen. Wir arbeiten nach wie vor daran, einen weiteren Investor zu suchen und zu finden. Es gab viele intensive und lohnenswerte Gespräche, zumal uns ein weiterer Investor ja auch nicht nur finanziell weiterbringen soll, sondern auch in einem bestimmten Geschäftsfeld. Das heißt, Sebastian, wir sind wieder da, wo wir vor einem Jahr standen. Sprich, es gibt irgendwie loses Interesse, aber nichts Konkretes. Sehe ich das richtig? Wir sind da, wo wir vor einem Jahr standen und vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Jetzt ist gerade der Podcast-Hase ist hier gerade in den Käfig reingestürzt. Das war ein waghalsiger Sprung, teilweise mit Erfolg. Zurück zum zweiten Investor. Gut, ja, also. Was ist denn mit der Stand der Dinge? Ich glaube, so wie immer, es gibt keinen. Heißt das, der VfB ist nicht sexy genug oder heißt das, der VfB ist einfach nur wederisch? Was denkst du? Ähm, die große Frage war ja schon seit 2017, warum sollte man in den VfB Stuttgart investieren? Aktuell hätte ich ein paar Argumente. Ja, aber auch Argumente für irgendwie ein großes Unternehmen, also. Naja, also du hast ja schon das Gefühl, dass der VfB jetzt zumindest mal auf den wichtigen Positionen gut besetzt ist. Also für dich als Investor ist erstmal wichtig, dass die Mannschaft sich ja weiterentwickelt. Dann auch zum Beispiel in der TV-Vermarktungstabelle oder in diesem TV-Ranking halt nach oben steigt und präsenter wird. So, und das merkst du ja aktuell schon. Also der VfB wird so langsam sexy. Ich weiß, es ist der erste Bundesligaspieltag, aber wenn du jetzt mal zurückdenkst an die abgelaufene Saison, welche Mannschaft ist da wirklich positiv aufgefallen? Und es ging, kann man schon sagen, durch die Decke, das war zum einen Union und der VfB. Das waren so die zwei Mannschaften. Und wer hat von den beiden Mannschaften jetzt den attraktiveren Fußball gespielt? Der VfB. So, also interessant für ein Unternehmen, das jetzt im Fußball Fuß fassen möchte, müsste der VfB schon sein. Die Frage ist natürlich A, was ist das Unternehmen bereit zu investieren? Also an Kohle. Und gleichzeitig verlangt der VfB ja auch ein gewisses Know-how, was mit einfließen soll. Und da ist halt die Frage, kann ein möglicher Interessent dieses Know-how bieten? Oder geht es da einfach nur um ein Investment? Und der VfB hat außer dem Geld nichts davon. Weil ich finde, die strategischen Gesichtspunkte muss man ja auch berücksichtigen. Ja, wenn die nicht nur vorgeschoben sind. Meinst du? Ich weiß es nicht. Was ist dein Gefühl so? Ist das nur das, dass die Fans denken, das wäre dem VfB wichtig, dass man da sozusagen dann auch noch vom Know-how des Unternehmens profitiert? Und eigentlich geht es wirklich nur schlicht und ergreifend um die Kohle. Also ich sehe es so, du hast sowieso schon Probleme, einen zweiten Investor zu finden. Weil du hast 2017 ausgegliedert, also vor vier Jahren. Und seitdem sagst du eigentlich, ja jetzt haben wir einen Anker-Investor mit Daimler. Und der zweite Investor, der kommt dann eigentlich relativ schnell. Und seit vier Jahren struggelst du halt, einen zweiten Investor zu finden. Und jetzt sagst du noch, naja, wir wollen nicht nur ein Unternehmen haben, das irgendwie Millionen in den VfB reinpumpt, ohne eigentlich dafür Rendite zu bekommen. Sondern das muss auch noch Know-how mit reinbringen. Also das sind Corona-Zeiten. Wie soll denn das funktionieren? Also ich sehe das nicht. Ich habe mir das mal angehört, ein Gespräch mit dem CEO, war es glaube ich, von Teamviewer, die ja bei Manchester United jetzt irgendwie Großsponsor sind. Und die haben ja wirklich eine strategische Partnerschaft. Und da gab es dann halt irgendwie unter Corona Mannschaftsbesprechungen mit Teamviewer und so weiter. Also da funktioniert das. Aber find mal so einen Partner. Ich meine, die kommen aus Göppingen. Also da ist Stuttgart jetzt auch nicht so weit weg. Aber wenn du halt, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das meine ich halt. Dann geht es halt doch eher in so eine Richtung Sport5 oder so. Du hast ja schon mal Lagardère als Partner, der irgendwie kurz vorm Einstieg war. Und der bringt garantiert keine strategischen Know-hows mit, wenn sie nicht die Marketingrechte vom VfB übernehmen sollten, so wie es ja hieß. Also dann kriegst du nur das Geld von denen. Und ich weiß nicht. Also ich tue mich da mit der ganzen Diskussion echt relativ schwer. Ja und dazu kommt, dass die Kohle, die dann fließt, wir wissen es, jetzt auch nicht so viel Geld ist, dass man damit jetzt große Sprünge machen kann. Also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, der Einstieg von Daimler ist ungefähr so viel wert gewesen wie ein Pavard und ein Kabak. Also es ist halt, wenn du gut scoutest, kannst du da meistens mehr Geld verdienen, als dass du deinen Verein sozusagen verjubelst. Also ist auch nochmal so ein Punkt, wo man dann eher darauf abzielen sollte, vielleicht wirklich dann noch mehr zu bekommen als nur die Kohle. Schwieriges Thema. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das wird mit Sicherheit dann jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten auf Klaus Vogt zukommen, der sich mit diesem Thema befassen muss und auch häufiger mit Sicherheit dann die Frage gestellt bekommt, wie sieht es eigentlich aus mit dem zweiten Investor. Und Thomas Hitzesberger wird das auch häufiger zu hören bekommen. Also das wird mit Sicherheit den VfB jetzt 2022 regelmäßig beschäftigen, könnte ich mir vorstellen. Ja, über seine Zukunft hat Thomas Hitzesberger natürlich auch etwas gesagt. Ihr wisst es, der Vertrag läuft 2022 aus. Jetzt ab Oktober 2021 kann man den Vertrag verlängern. Ja, und was sagt er denn über seine Zukunft hier beim VfB? Der VfB bedeutet mir viel. Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den Saisonstart unserer Mannschaft. Aber natürlich habe ich das Thema im Blick. Ich werde das mit dem Aufsichtsrat besprechen, aus dem ja schon positive Signale kamen. Und ich will nicht abwarten, sondern würde das gerne eher früher als später tun. Klingt das mal ganz gut oder ist da irgendwo eine versteckte Botschaft? Ich würde es gerne früher als später tun. Könnte ja auch bedeuten, ich möchte früher als später absagen. Na gut, er sagt ja nicht, ich will nicht abwarten, sondern das früher oder später tun, zusagen. Sondern er sagt ja, ich werde das mit dem Aufsichtsrat besprechen, aus dem schon positive Signale kamen. Also er will das wohl eher früher als später mit dem Aufsichtsrat besprechen. Und mit welcher Intention das Gespräch dann reingeht, ist ja eine andere Frage. Aber ich lese das jetzt eher positiv als negativ. Ja, wir können ja die Anschlussfrage nochmal ganz kurz mit reinnehmen, die dann formuliert wurde von den Stuttgarter Nachrichten. Die sagen, wie groß ist ihre Lust mit Klaus Vogt in dieser Konstellation langfristig beim VfB zu arbeiten. Und da sagt er, es gibt seit der Mitgliederversammlung teils neu besetzte Gremien. Daher sind mir die Gespräche auch so wichtig. Wir werden uns inhaltlich austauschen, bereden, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Es geht um die Ausrichtung, um die Vorstellung des Aufsichtsrats, aber auch die des bald neu zusammengesetzten AG-Vorstands. Wir brauchen Einigkeit. Okay, also auch jetzt hier kann man nicht unbedingt ableiten, ob er direkt bleiben möchte oder nicht. Was man aber sofort rauslesen kann, ist, dass er auf die Einigkeit, auf den Zusammenhalt setzt. Ja. Man könnte es jetzt auch wieder dahingehend interpretieren, dass er sagt, okay, wenn es für mich nicht 100% passt, dann mache ich das ja auch nicht. Also es muss halt einfach wirklich ein Weg sein, hinter dem ich auch stehe und ich lasse mich nicht verbiegen, sondern es muss für alle Parteien passen und wenn es mit Klaus Vogt einfach nicht passt, dann mache ich das jetzt ja auch nicht. Ich möchte jetzt hier nicht schon wieder diesen Konflikt-Vogt-Klitzisberger heraufbeschwören oder so. Ja, aber mir fehlt irgendwie noch so ein ganz klares Bekenntnis. Geht es dir nicht auch so oder bin ich da einfach zu kritisch jetzt aktuell? Also kann man nicht einfach sagen, ich habe Bock drauf und wir werden uns da einigen und gut ist. Ach, ich glaube, dazu ist er auch mittlerweile zu sehr CEO, also um sich da irgendwie so komplett aus der Deckung zu wagen. Ich denke, er verhält sich da relativ neutral, um sich auch alle Optionen offen zu halten. Und ja, wie viel Bock er dann auf den VfB hat, wird sich dann zeigen, wenn es dann wirklich um die Verlängerung seines Vertrags geht. Also Fakt ist mal eins, was ich so mitbekommen habe, ist, dass Thomas Hitzisbergers Vertrag hier beim VfB Stuttgart schon gut dotiert ist, zu Recht auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine reine Geldfrage sein wird, sondern ich glaube wirklich, es wird darauf ankommen, ja, ob man sich praktisch hinter einem Ziel, wie soll man sagen, vereinigen kann. Kann man das ausdrücken? Ja, also ob man praktisch dieselben Interessen verfolgt, ob man wahrscheinlich auch dieselbe Auffassung hat, wie man einen Verein führen möchte, wohin das hier gehen soll mit dem VfB. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man nochmal über Machtstrukturen sprechen möchte. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und das wird dann im Oktober losgehen und ich befürchte fast schon, dass es da wöchentlich Anfragen geben wird, wenn es denn jetzt hier irgendwann mal wieder was zu vermelden gibt, ob positiv oder negativ. Und auch da wünsche ich mir, wenn Hitzisberger der Meinung ist, ich mache das hier nicht unter Vogt, dann soll er das halt sagen. Und dann muss sich der VfB nach jemand anderem umschauen, aber ich hoffe einfach nicht, dass es so eine Hängepartie wird, ständig irgendwelche Interviews geführt werden und wir dann eben genauso philosophieren wie jetzt gerade eben und eigentlich nichts wissen und alle so auf heißen Kohlen sitzen. Ich wünsche mir einfach, dass man das vielleicht in wenigen Wochen dann abhandelt, das Thema. Und am liebsten ist mir natürlich, Thomas unterschreibt hier nochmal für eine gewisse Zeit und Vogt, Hitzisberger, Missentat, Matarazzo, ja, wuppen die Sache hier beim VfB. Das würde mir gut gefallen. Ja, mir auch. Ja.